Komm her! Trau dich! Du Penner! Nein! Alter Mann! Jo Leute, willkommen zurück zu Minecraft und heute spielen wir TTT. Ich habe gerade mal angezockt, aber das wäre ich nicht so leicht. Ich bin sofort gestorben. Ich war auch sofort Traitor, ich weiß nicht. Das war echt hart. Oh, jetzt gleich geht's los. So, ich bin Detektiv. Das heißt, ich habe... Was war das denn? Oh, ich habe einen Buben. Kein von da. Alter! Hallo! Äh, geil. Tja. Das war... Das war... Das war... Nicht so schön. Das hat mir irgendwie jetzt... Geist gebracht. Ja, das war wieder eine schnelle Runde. Auf dem Weg. Alter, der legt ja los. Goldschwert, Goldstiefel... Feuerzeug nehmen. Lederjacke... Diamanten und Holz. Yes! Okay, der Sinn des Spiels ist, die anderen Teammitglieder zu töten, ne? Kollege legt die schon voll los. Da ist mein Kollege eigentlich, wie heißt er. In der Schicken. Da will ich jetzt rüber. Kann man den Chat nicht wegmachen? Hey, 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 hey! Was ist passiert? Was ist... So, da bin ich wieder. So, Teams sind verboten. Komm her. Holz wird. Kitten, Stiefel, auch den Tee. Ist bestimmt gut. Komm, gib mal die hier. Und die. Komm, Kuchen. Lässig. So, jetzt haben wir... Hallo. Zeigen, was ich... drauf hab. Halt. Steinschwert, Holzschwert. Der Mann, Spitzack. Der Mann, Stiefel. Alter, hier geht's ab. Ah, komm rüber, Junge. Hier gehe ich jetzt auch rüber. Na, springen trau ich mich noch nicht. Hey, da liegt schon einer. Wo ist er hin? Da hinten steht einer. Ich hatte einen... anderen... Plan. Na, oh. Das sind die... Hunger Games. Was machen wir? Laufen wir in den Wald. Ah, die schlagen sich um die Truhe. Ich versuch mal im Wildnis mein Glück. Da ist zum Beispiel eine Truhe. Nein, das gibt's doch gar nicht. Oh Gott, bin ich schlecht. Jo, Leute. Hier bin ich wieder. Oh, ich bin wohl. Und ein Schwert. So kriegt man also Waffen. Alles klar. Mehr kann ich nicht? Okay. Fünf Sekunden. Mal gucken, was ich bin. Okay. Fünf Sekunden. Ich bin Detektiv. Oh, sorry. Das kann ich leider nicht riechen. Ja, gut. Wahrscheinlich kann ich's riechen. Mhm. 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 Da laufen sie nicht her. Als Detektiv kann ich das nicht nutzen. Alles klar. Wie benutze ich denn den jetzt? Hallo? Was war? Wieso? Warum wurde ich getötet? Alter. Ich war schlecht. Und da bin ich wieder. Team 7. mit Yoro. Hier haben wir einen Stiefel. Zack, zack. Das ist auch zwar mir etwas zufällig zugewiesen. Ja, aber einmal ist bestimmt gar nicht. Aber. Na gut. Ich hab Lava Eimer. Ich weiß nicht, dass jemand rüberkommt. Ich muss mich mal hier ein bisschen umgucken, weil ich kenne ja gar keine Map hier. Team 7. Alles klar. Ich hab schon ein Tier da. Wollen ich kaputt? Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Warum hat der eine geile Angel? Die macht ja eine geile Reichweite. Was macht der denn da? Warum geht der da so hoch? Warum hänge ich hier immer? Hallo? Wie geht es euch da hinten? Scheiße. Wir kommen ganz langsam hier rüber. Kumpel, wir müssen was tun. Sie kommen. Alter, was für ein heftiger Sturz. Guck mal her. Trau dich. Du Penner. Guck mal her. Genau so wenig wie ich. Nein, da werden sie von hinten niedergemetzelt. Ach du Scheiße. Huch. Ja, gut. Das soll es erst einmal gewesen sein. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ciao.